Vasi, Vasi... Hi, Hornfresser! Hä? Die Vase ist der beste Freund des Menschen. Du bist aber kein Mensch, oder? Nein, gib mir den Hund, ich tote ihn! Ich werde ihn zerreißen! Wir haben vor, deine Vase mit diesen blöden Vieh hier zu zerstören. Oh ja, der kleine Masochist hier ist der übelste Ficker, der macht die kaputt! Normalerweise sage ich sowas ja nicht zu irgendwelchen Fremden, aber ich glaube, du bist voll die komische, ekelhafte Fotze. Ah ja! Du hinterhältige Fotze! Okay, mach den Hund bereit! Nein! Ich wollte ihn töten! Oh, ich glaube, der Hund ist nicht mehr zu gebrauchen. Egal, wir schaffen das auch alleine. Nicht die Vase! So, und jetzt pass mal auf! Nein! Heil, heu, 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 heuh, heu, jah, 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 jah! Heiliger Hurensohn, hört auf damit! Heil, du hast den sich von der Vase erzählt! Ja! Ja! Aber, ich, 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 ich konnte doch nicht wissen, was ihr damit macht! Nanu, ich glaub die Vase ist zerbrochen. Devfatz haben wir's gezeigt. Tomatensoße? Das heißt, das war die ganze Zeit Tomatensoße in der Vase. Tomatensoße? 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 Das ist ein Mensch. Tomatensoße?